Stellen wir uns vor, für ein Baby ist alles eins. Ich kann nicht unterscheiden, was ist in außen, was ist in innen. Ich brauche deshalb von außen die Bestätigung, es gibt dich, wenn man ich heranreift. Sonst kriege ich das gar nicht mit. Wenn Kinder ignoriert werden, entwickeln die an der Stelle einen blinden Fleck für sich selbst. Und auch für ihre Bedürfnisse. Das heißt, ich brauche ein positives, emotionales Feedback, damit ich in die Selbstwahrnehmung komme, damit ich die Selbstwahrnehmung entwickeln kann, brauche ich jemanden, der mich von außen wahrnimmt. Kann man das verstehen? Ja, klar. Das sind ja auch Spiegelneronen. Absolut. Und das weiß ja die Psychologie auch. Ich will es nur ganz sorgfältig erklären und mit kann ich, kann man das verstehen, meine ich nicht die Tatsache an sich, sondern wie ich es erkläre, wie ich es ausdrücke. Ja, ja, sehr gut. Genau. Das heißt, man braucht von außen als kleines Kind jemanden, der einem sagt, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, ich glaube dir. Ich halte dich, ich bin in der Lage, dich zu versorgen. Ich liebe dich für das, was du bist, nicht für das, was du tust. Alles, was unterdessen die Forschung ja auch weiß, was Kinder brauchen. So, das haben wir natürlich nicht gekriegt. Das heißt, wir sind zum Teil wunderbar entwickelt, zum Teil sind wir nicht in Kontakt mit Aspekten von uns, mit denen wir aber in Kontakt sein müssen, damit der Boden, auf dem wir uns dann wirklich entwickeln, auf dem wir dann auch unsere Bestimmung, unsere Berufung, gehen wir mal in die Seelenaufgaben, auf denen wir dann das, wofür wir hier sind, überhaupt auch umsetzen können. Dafür brauchen wir hier einen stabilen Boden, ist gleich ein stabiles Wissen darum, wer bin ich, was brauche ich, um harmonisch und stabil mit mir zu sein, welche Bedürfnisse habe ich, was muss erfüllt werden, damit ich wirklich aus meinem inneren vollen Schöpfen heraus schöpfen kann. Ja. Ja. Ja.